das gibt es ja gar nicht los mit dem bord der war doch drin das sind die fehler als elf zwölf und dreizehn gewesen und louis darf noch mal trifft gleicht aus 3 3 preis muss so ein bisschen aufpassen das ist jetzt schon fahrlässig 16 versuche 13 darts am doppel vorbei und dann helfen auch diese 180 am ende nicht wenn du dies doppelt ich triff das ganze scoren wie du willst und desto enger die partie ist desto größer der druck natürlich für den favoriten der eigentlich vor das match von vorne zu spielen und preis hatte sich ja auch in diese situation gebracht das sind sechs perfekte louis weiß sehr genau wie man neun data spielt er hat einige geworfen schau mal eben die doppel zwölf für jackpot der adrian lewis acht perfekte das darf doch der zuletzt neuner gespielt auf einer großen bühne das ist schon ein paar tage her ich krieg gerade gänsepächer